willkommen zurück zu persona ich wollte schon aufhören aufzunehmen aber nein die folge wäre sonst einfach wirklich zu lang geworden ja wir sind immer noch hier ist lustig dass die blütenblätter vorne auf dem screen drauf sind also mit mir sich mitbewegen wir haben nichts weit verstanden ehrlich gesagt also soweit wir alles verstanden haben ist alles richtig ich hoffe ihr habt doch einigermaßen verstehen können alles was passiert ist also noch mal kurz zusammenzufassen wie schon erwartet ist diese ganze parallel welt entstanden dadurch dass marki also die marki aus unserer welt eine art hirnwellen verbindung hatte mit diesem gerät warum auch immer das so ist ich frage mich ob die mutter damit zusammenhängen könnte oder keine ahnung aber diese verbindung er hat dazu geführt dass sie mehr oder weniger eine art perfekte welt für sich geschaffen hat dabei hat er so ein bisschen geholfen könnte man fast behaupten anführungsstrichen weil er sich da eingemischt hat ich vermute auch mal dass das er hier also das kann doria jenige waren der sie aus dem krankenhaus rausgeholt hat ich denke mal ich dass sie da noch war oder noch ist ich denke mal er hat sie mitgenommen und gemeinsam soll diese welt erschaffen natürlich hauptsächlich auf markis erkennt ihr bewusstsein und perfekten bild wie diese welt auszusehen hat basierte weswegen ist hier keine polizei notwendig war und keine kontenhaus notwendig war und so weiter aber grundsätzlich hat diese ganze ganze kram hat drei aufgespaltene persönlichkeiten erschaffen von marki die marki die wir recht gut kennengelernt haben die marki der anderswelt die im endeffekt eine ideale vorstellung von marki ist so wie sie selber am liebsten hätte weswegen sie als solche figur hier auftritt und solche figur herumläuft nicht dass sie das selber wäre aber es ist halt ein ideales porträt von sich selber was sie jetzt ihrer welt wie eine figur umlaufen lassen hat aber es wird auch aki und mai entstanden mai als eine art ja gute seite und aki als eine art der niederträchtige seite von marki selber die hat auch ihre eigenen dinge getan haben und darüber hinaus hat sich halt auch noch schi sato und yosuke hierher gezogen weil sie einfach in ihrer echten ihrer welt trotzdem die echten haben wollte wenn es um ihren besten um ihre beste freundin und die person gegangen ist die sie liebt was natürlich dann im endeffekt auch nicht viel gebracht hat und bedenkt dass die beiden sich gegenseitig geliebt haben und dass das ähnlich gut ausgegangen wäre ja jetzt die frage wo ist die echte marki was die marki aus unserer welt die ideale mark ist jetzt weg gerannt weil sie das alles nicht akzeptieren kann kein wunder weil ihre ganze existenz ist ja in frage gestellt jetzt ich frage mich welche rolle aki noch spielen wird welche vorher meiner spielen wird weil die sind ja noch nicht das durch die beiden anderen aspekte und die frage ist auch was diese zerstörung der menschheit angeht also diese dieser wunsch die menschheit zu vernichten was ja auf diese welt übertragen wurde unsere welt entstand das aus marki oder ist da noch irgendjemand anders oder irgendetwas anderes vielleicht dasselbe was ihm hier die persona gegeben hat weil die persona als ja komischerweise in ihm auch jemanden ja zur macht gegangen hat ihn dominiert also hat sein körper noch benutzt vielleicht ist hier noch eine andere macht im spiel keine ahnung gut und vermittelt sich an uns übrigens weiterzumachen wir haben jetzt noch vier leute was ein bisschen belastend ist das heißt ich werde ich auf jeden fall selber aus ausrüsten wie es einen heiler haben formation auch eben schecken weil ich weiß wie wir jetzt stehen ja so warum brauchen wir gar nicht erst zu stehen oder ganz und gar nicht wie kommt überhaupt darauf so zu stehen frage ich mich ich meine wer ist weg marki marki stand ganz hinten also ja ich weiß warum das so ist wegen der unteren zahlen also der unteren positionierung der charaktere aber es ist sehr unglücklich ich muss jetzt eine weitere formation erschaffen für diese vier charaktere okay ich hätte ich gern immer noch und ich wollte die seite stellen machen wir das so du kommst nach hinten also ich bin immer noch magier leute ich bin nicht gut im nahkampf ich habe zwar schwer in der hand aber das ist nur zu selbstverteidigung da machen wir das so gut nein ich möchte auch formation 4 benutzen danke ja kandori ist wie gesagt entwickler der maschine gewesen zusammen mit der mutter an der erscheine wie erkannt und herausgefunden dass die beiden eine verbindung haben und dass man das ausnutzen könnte dass er es ausnutzen konnte aber das kann nicht alles gewesen sein ich habe er konnte uns nicht alles sagen bevor er gestorben ist weil diesen ganzen gibt also woher kommt dieser gedanke das zu tun alles auszulöschen meint ihr das kommt von marki ich kann ich mir nicht vorstellen also auch so markiert eine ganz ganz dunkle seite in sich und aki ist viel schlimmer als ich denke oder es gibt noch eine viel schlimmere seite keine ahnung aber schauen wir müssen noch weiter machen dann kriegen jetzt noch bald genug aus wo sollen wir jetzt überhaupt hin ich überlege ein bisschen innerlich ein bisschen die stockwerke durch hatten wir nicht recht am anfang nach der folge wo ich am anfang das mikro nicht drin hatte aber dran ich hatte es drin ob es ist wie konnte erkannt hat war da nicht noch ein raum den wir nicht öffnen konnten wo sie meinte da ist auf keinen fall kandori drinnen den raum würde ich gern wieder finden wo war der noch mal wir waren nicht so weit oben der weiter unten ich weiß nicht mehr genau wo ehrlich gesagt ich könnte jetzt nicht mehr sagen welche etage da war da war noch ein raum die konnten wir bislang nicht öffnen und der wird wahrscheinlich der richtige sein oder es wäre zumindest ist es logisch das eingestellt ja gut erst mal irgendwie runter hier ein safe raum wäre auch geil ich konnte mich noch nicht selber nach dem boss weit noch das dürfen ich vergessen ich müsste es aber stark genug sein ich hoffe ja gut das dumme ist jetzt wo mark hier nicht mehr im team ist unser level auch wieder geringer unser durchschnitts level das verdammt ungünstig bei euch war es wir vergessen mittlerweile der kass muss erscheint nicht wo das wirkt einfach nicht doch jetzt wirkt es okay einmal nachkommen nein sie happy geworden wenn im geld toll also trotzdem ab immerhin immerhin und die waren anstarren ich habe nicht dass ich 43 ja schon rekrutieren kann aber ich versuche es mal doch 43 geht auch schon okay das ist super dann müssten wir jetzt eigentlich so ziemlich fast alles bis auf die 44 müssen wir es hier rotieren können müssen besser wieder runter das war viel weiter unten erheblich weiter und wie gesagt wir erst zu einem safe punkt kommen das ist ja schon gerade so viel wert für euch ist ein tag vergangen für mich ist immer noch die selbe scheiße hier und ich habe nicht speichern dürfen das ist ein speicherpunkt glaube ich drei drachen ich habe 44 ja klappt noch nicht kann ich mir nicht vorstellen ich werde es versuchen aber ich glaube es nicht dass wir gut ist nicht zu geben hier geht es hier noch nicht seit wir können bis 3 40 rotieren aber noch nicht 44 gute namen so speicherpunkt ich darf speichern das ist für mich gerade echt wichtig ich hoffe nur bei den ganzen leidenhaften übersetzereien und komischen story entwicklung hier noch mitkommt die mann fall hat ja selber ein gewisses grundverständnis für die dinge wie sprache und kriegt das selber ein ich glaube es ist immer noch sarkasmus bei euch gewesen leiste kannst du haben das ist okay wozu viele egal ich kann auch hier abgeben was sind die genzeiten beachten sollen sie sind habe ich immer stoppt was ich nicht mehr brauche weiß ich kann nicht ja vor und habe ich zwei mal weg das ist okay ich bin dann schon das ist egal das geklappt gut ich gehe mal davon aus ich spreche jetzt noch mal weil ich gerade unsicher wieder war wegen meinem speicherungsvergessereien wir gehen mal davon aus für so dass in diesen raum wo wir runterfallen können oder ich glaube immer noch dass eine fallgruppe sein wird deswegen nehme ich den raum jetzt auch in der hoffnung dass das richtig ist ja diese und das war der raum wo ich reinkommen hat siehst du das war nachher ein shortcut also alles klar what the fuck das könnte an die fragen beantworten kann aber mal gucken das das kann nicht sein er sieht dass sie selbst erliegen weil das was da jetzt gerade liegt dass es mag ich also kann doria hat sie mitgenommen sie ist nicht mehr in dem krankenhaus gewesen kann doria hat sie damals schon mitgenommen jetzt mal kann doria hat besonders stark halt aki ansprechen können also diese niederträchtigere üblere personen personen also persönlichkeit von marki und deswegen kann die halt kooperiert du idiot warum hast du der die getötet weißt du nicht was du getan hast bin dass ich nein habe ich alle leiden lassen ja gut sie das versucht sie das vielleicht schuld darin also man kann die schuld darin sehen marki ist natürlich irgendwo auch verantwortlich für alles das problem würdest du eine welt basieren lassen auf einer menschlichen persönlichkeit dann und das kann auch noch andere menschen beeinflussen wie in diesem fall wo die ganze welt oder zumindest diese stadt keine ahnung da ist das verdammt problematisch selbst wenn du noch so ein toller mensch bist netter mensch bist du hast irgendwelche dunklen seiten an dir ob das deine schuld ist oder ob das irgendwie deine ob das was mit dir zu tun hat ist völlig irrelevant es kann sein dass das sachen sind die dir zugeschossen sind oder schlechte erinnerung oder ängste vor irgendwas einfach nur ängste und die würden sich in so einem fall manifestieren das ist wie wenn du träumst du wirst albträume haben deinem leben immer mal wirst du albträume haben und das das hat nichts damit zu tun dass du guter oder schlechter mensch bist aber wenn diese ganzen sachen real werden können und da teile von dir auch deines unterbewusstseins in eine welt umgewandelt werden dann kommt sowas dabei raus du hast den einzigen getötet auf die sich die echte ich verlassen konnte niemand wird uns jetzt retten es ist alles vorbei drei drei von ihnen jesus christus sind alle marki marki nein komm bloß nicht in meine nähe sie mich nicht an beruhig dich marki das muss irgendeine art von fehler sein richtig hör auf das zu sagen das ist eine lüge das bin ich das weiß ich ich habe die ganze schad versaut und habe alle leiden lassen ich war das naja ich war es die marki da liegt du bist nur die das ist noch schlimmer aber du bist nur die perfekte darstellung von ihr selber du bist eigentlich eine einbildung tut mir leid das macht die sache nicht besser aber beruhig dich marki du wurdest benutzt es gibt keinen grund das ist das das ist das das an dich heranzulassen ok nein das ist es nicht bitte seid nicht nett zu mir ich verstehe jetzt alles ich vereifersüchtig auf alle die zur schule gegangen sind und spaß mit ihren freunden hatten ich wünschte dass die schule und die stadt alle verschlungen werden würden sie hat eine sehr dunkle seite an sich wahrscheinlich weil sie ein ganzes jahr lang im krankenhaus gelegen hat und somit ja relativ relevanten großen abschut ihres lebens ja auch nicht leben konnte in sehr sehr instabilen könnte man auch sagen teenager zeit und so weiter da kann es dann eher mal sein dass du was noch heftiger rein schlägt als wenn das in späteren jahren passiert was ist nicht weniger schlimm macht nicht was falsch versteht man muss ja schon ernst nehmen mag ich selbst wenn ich etwas daran ändern wollte konnte ich es nicht ich weinte und weinte meine eifersucht mein verlangen wuchsen nicht verlangen irgendwas ganz anderes leid vielleicht um er ist leidendes ja ja ekel ja ja verabscheu ich weiß was sie meint ich weiß was sie meint wir haben sie ihre eifersucht und ihre abscheu wuchs das ist der hass auf alle halte sie bekommen hat er versucht gegen ein hand und hand mit dem abscheuert alle mit dem hass auf alle die halt das haben konnten was sie nicht haben kann weil sie im krankenhaus versetzen alle anderen das leben leben können ich habe eine ideale stadt für mich erschaffen um mich selbst wurde zu fühlen versteht ihr jetzt ich bin hoffnungslos nein weil das eigentlich was du getan hast ist verständlich ich verdiene es nicht zu leben wenn es ums verdienen gehen würde könnten wir sagen du hättest es verdient genauso leben zu können wie alle anderen du konntest es nicht das kann ja genau so behaupten aber die illusions marki ja es ist alles vorbei alle sollten verschwinden 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 alle marki kommen wir her okay ich kann nicht mehr mit euch sein oder bei euch sein bitte bitte dreh mich zurück zu meinem herzen wahrscheinlich damit er zurück in ihre welt marki du idiot warum verdammt rin lass uns zurückgehen in markis herz ja ihre welt das beteiligen wir jetzt als markis herz okay warte masau kennst du die geschichte von dem dummen mädchen namens pandora hä die legende sagte dass sie gottes box öffnete gottes kästchen wodurch sie alle arten von bösen befreit hat das selbe gilt für marki die stadt ist in ihrer miserablen ihrer miserablen ihre miserablen zustand aufgrund ihrer wünsche anstatt sie zu retten sollten wir uns darauf konzentrieren das deva system zu zerstören du du arschloch wie kannst du so über deine eigenen freunde sprechen wenn wir das ding zerstören was passiert denn mit marki soweit das aussieht hält das system marki am leben wenn wir es zerstören wird marki wahrscheinlich sterben als resultat davon aber solange das system intakt ist bleibt das fundamentale problem ungelöst lass deine persönlichen gefühle dich jetzt nicht vom weg abbringen ein kleines opfer fürs größere wohl die entscheidung ist offensichtlich das ist eine sehr problematische frage einerseits könnte man jetzt einfach sagen ja ein kleines opfer wenn wir jetzt die maschine abschalten dann verliert sie die das deva system verbindet jetzt ihr unterbewusstsein mit dieser welt und solange dieses system aktiviert ist und die verbindung da ist können immer noch dämonen in dieser welt es können immer noch schlimme sachen passieren die welt könnte sich immer noch völlig umformen wie durch dieser ort der hier entstanden ist das ist eine extreme gefahr für die ganze menschheit im grunde oder zu aller mindestens für die ganze stadt zu aller mindestens also klar man könnte jetzt sagen wir opfern marki und dann ist die stadt safe und ja das war's dann aber es wäre unfassbar ungerecht es wäre es wäre es wäre eine schwere frage wenn wir uns diese frage stellen würden wenn marki dieses dieses leben vorher nicht gelebt hätte und das einfach nur die frage wäre opfert man einen für viele aber wir reden hier davon jemanden zu opfern der eh schon gelitten hat damit alle anderen die nicht gelitten haben weitermachen können wie bisher und das hat eine etwas unangenehme note an sich finde ich hier ist die frage ob sich vielleicht sogar die leichtere entscheidung ist zu sagen wir opfern eine person für die mehrheit ob sich die mehrheit das hier nicht vielleicht ein bisschen zu leicht macht so zu entscheiden mal gucken wir jetzt weiter was passiert ich hoffe du bist bereit hierfür ich habe dich völlig falsch eingeschätzt ich hätte nicht gedacht dass du wirklich so kalt sein könntest vielleicht das was du sagst war es ist die art von logik die ein erwachsener wohl nutzen würde aber junge marki ist vielleicht verantwortlich dafür dass wir gelitten haben aber sie hat auch versucht uns alle zu retten das stimmt natürlich wenn man die ideale version von marki als teil von ihr betrachtet ich glaube an marki ich weiß dass sie das dass sie es drauf hat von dieser maschine loszubrechen ja wir müssen marki wissen dass sie nicht alleine ist wenn du glaubst dass sie ja ja makro sagte ebenfalls sie würde an mich glauben der mensch seine emotionale kreatur vermute ich naja ich weiß das deutsche sprichwort sogar auf der zunge wie split hairs ich gucke nochmal nach nein 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 das ist das sprichwort den ich weiß wie er schwer zu kriegen ja haarspalterei offensichtlich das deutsche wort haarspalterei macht keinen sinn aber die ultimative entscheidung wird vom herzen getroffen ich werde auch gehen mein gott du und deine argumente du hättest noch gleich sagen können würde ein kluger erwachsener ausgewachsener erwachsener nicht hier bleiben und glücklicherweise als junge von 17 jahren bin ich nicht wirklich legal ein erwachsener ha ha wann werde ich es eigentlich begreifen du wirst du wirst immer irgendeine art von comeback bereithalten gute taten sollten schnell getan werden lass uns zurück in markis durch die mesele gehen machen wir den schuh auf riecht nach käse äh was zur etwas ist im spiegel und jetzt was wir können so nicht zurück etwas muss in der stadt von markis herzen passiert sein jetzt wo kein dori weg ist ist die die einzige die so etwas hätte tun können mark wenn wir einen wunsch äußern an kandori spiegel können wir nicht zurück in die stadt oh ja das könnten wir noch tun nicht wahr wo ist das euer ernst widersteht mark hier uns etwa so scheint es für mich den anstand hat es für mich verdammt was sollen wir nur tun hm marki muss das fallen gelassen haben aber es wird uns jetzt auch nicht mehr viel bringen jetzt das zerbrochene döschen ok was ist das massau es ist markis puladöschen hm da ist kein spiegel drin ja das war das letzte mal so also als erstmals er gedacht hat dass in ihrem döschen kein spiegel ist hey die echte mark hier hat auch ein döschen aber wenn man das so sagt klingt sogar noch schlimmer hört auf so zu denken hütet euch jetzt nicht das ist nicht der moment dafür grün ok ein grünes puderdöschen alles klar lass dich mal sehen das das puderdöschen der echten marki und das der idealen marki das echte hat einen spiegel hm gib mal her nanjo bitte schick uns zurück zu markis herzen das döschen könnte nicht wirklich solche kräfte in der realen welt haben wenn nur das döschen der idealen marki komplett wäre dann vielleicht da können wir nicht vielleicht ein stück von dem spiegel da einsetzen der gerade zerbrochen ist da sind noch stücke dran ja moment da sind doch noch stücke dran da liegt ein teddy oh da liegt auch noch was auf dem boden ach da ist ein shot of the chaos mirror ok ich habe eine scherbe des des chaos spiegels gefunden liegt auf dem flur auf dem boden pick it up no kurz warten kann ich was mit dem teddy machen der ist gruselig die echte marki wird nicht aufwachen sie schläft als sei sie tot das wollen wir irgendwie verhindern dann kommt hier mit das ding auf das eine scherbe des chaos spiegels green ist das eine scherbe von gandauri spiegel die größe und die form ich glaube es könnte in markis döschen passen in markis puder döschen wohlgemerkt verdammt nochmal ernsthaft vielleicht können wir das benutzen noch zurück zu gehen lass ich mal sehen green es passt perfekt ist wahrscheinlich auch kein zufall wow ja wir haben es anscheinend geschafft und zurück in die ja welt des unterbewusstseins von marki oder wie wir es jetzt nennen in markis herzen lassen wir mal markis herzen wir nennen die ganze welt ist mal markis herzen macht das spiel anscheinend jetzt ja auch also tun wir das jedenfalls jetzt könnte ich mal vielleicht so eine kleine side info droppen ähm das wäre jetzt der punkt gewesen an dem sich die beiden spiel endings aufgesplittet hätten wir werden nicht mehr in diese welt gekommen in ähm dem anderen ending ending wäre wohl mai habe ich gelesen wäre mai gekommen aus dem spiegel oder so und hätte auf jeden fall marki mit gewalt zurück in die ja welt des herzens gebracht ihres herzens und hätte auch alle möglichen zugänge dicht gemacht und wir wären nie hinterher gekommen das heißt das ending ist wirklich irgendwie ein bad ending du hättest zwar irgendwie die welt gerettet aber für marki wäre das definitiv game over gewesen ja also sie wäre dann nicht mehr zu retten gewesen also man hätte die stadt gerettet das leben wäre normal weitergegangen aber für marki wäre es halt sehr schlecht ausgegangen dank dieses good ending paths den wir jetzt eingeschlagen haben haben wir zumindest noch eine chance was zu tun und sie ist ja auch noch hier stimmt die mutter von marki steckt ja auch immer noch in dieser welt ihr kinder seid ihr alle ok ich verstehe schon das buddardöschen hat uns hierher gebracht ja das hat perfekt gepasst ok der zerbrochene das brechene Döschen ist zum roten Döschen geworden das haben wir jetzt ein grünes und ein rotes Döschen ok müssen wir jetzt verschiedene farbige Döschen sammeln wo sind wir bingo das ist der bald von dem kindgleichen marki oder von der kindgleichen marki ja genau zu sein von Mai das war Maiswald warum soll sich alle hierher zurückgekommen was ist mit Kandori das gleiche gilt für dich Larry warum bist du hier ich weiß es nicht wirklich nachdem ich euch alle transportiert habe dachte ich dass ich Markis Voice abermals höre und als ich zu mir kam war ich hier aber warum seid ihr alles zurück erlaub es mir zu erklären du solltest die Wahrheit wissen jetzt wird er uns alles erklären was wir bereits wissen was sie natürlich noch nicht wissen können nein das kann nicht sein was ist mit Marki was wird mit ihr passieren wenn wir sie einfach in Ruhe lassen wird sie den Rest des Lebens so bleiben oder halt schlimmer entweder sie wird dann ewig in diesem Körper gefangen sein also im Koma liegen oder sie wird halt direkt sterben nein kannst du dir etwas tun meine Marki ganz ruhig Lady okay deswegen sind wir zurückgekehrt keine Sorge wir werden Marki sicherlich nicht am Stich lassen danke euch allen die helle Seite war das Markis Stimme sie muss hier gleich in die Ecke sein lass uns gehen die kleine Marki könnte etwas wissen ja ich meine wir wurden ja nicht umsonst genau hierher geportet oder warte bitte nehme ich mit euch du hast keine Persona du musst aber vor Ort sein wie ich muss nicht beschützen aus dem Müll sie ist meine Tochter ich kann sie nicht einfach so leiden lassen nun wie auch immer dieser Wald ist gefährlich dein Überleben ist alles andere als gesichert das kümmert mich nicht nun soviel dazu dann komm mit kurzer lass uns die Mutter mit dem Kind zusammenbringen wie selten ich hier mit meinem Nachnamen benannt werde aber das ist wahrscheinlich so ein Ding von Nanja diese Mutter ist ja eine wahre diese Frau ist ja eine wahre Mutter ich kenne nicht immer ich kenne nicht mal den Geburtstag meiner Mutter zu Hause war jeder außer Yamaoka ein komplett fremder für mich als ich meine Eltern erhalten habe war Geld und materiellen Besitz Reen wir müssen sie jetzt mit ihrer Tochter zusammenbringen oder Marki wieder zusammenbringen selbst wenn es unser Leben kosten sollte es ist seltsam mich zu reden zu hören mochtest du die Art und Weise wie ich vorersprochen habe lieber hä ich weiß nicht worauf du dich beziehst meinst du das du jetzt nicht mehr ganz so äthiopetäte eingebildet rüberkommst vielleicht aber so viel mehr von dir nicht gehört ich sag mal the new way wenn das jetzt wenn du jetzt mehr du selbst bist weil du jetzt ja uns auch als Freunde siehst und so weiter dann gut ich hatte schon Sorgen du würdest denken dass es seltsam wäre vielen Dank ja das war die richtige Entscheidung sie hat sich halt minimal verändert und sie wollte halt wissen ob das neue ich uns jetzt stört und sie lieber das alte ich wieder annehmen soll aber ne ne sie ist jetzt ein bisschen offener ein bisschen weniger gekünstelt das ist ok sie ist echt eine super Mom gut aussieht tut sie auch meine Mutter ist nur eine ein lautes lautesten Mecker Meckerlautmaul keine Ahnung aber sie ist auf jeden Fall eine Nautilärversäge aber wehe sie lebt nicht mehr ich glaub nicht dass sie so einfach sterben würde ja du musst sie halt doch sagen ne ok ähm stehst du jetzt auf die Mutter von Marki willst du nicht mehr Marki willst jetzt die Mutter ok dann kannst du ja fragen ob ich neuer Papa werden mag jetzt kommen wir zu den strangen Momenten ok ähm darf ich mal saven oder so im Wald war ein Savepoint ok der Wald sieht jetzt noch so aus wie letztes Mal das heißt da hinten ist ein Savepoint dann geh ich als erstes da hin keine neuen Gegner das nervige ist aber kann ich von denen wegrennen bitte ich teste es mal aber ja gut das nervige an den Gegner ist jetzt ich hab keine Lust die ganzen Pupelgegner hier zu rekrutieren ah warte mal ja ja deswegen hat man ja auch gewisse Zauber ne nicht vergessen Ward of Weak Foes ja so unser Superschutz ist aktiviert und weiter geht's und hier war ein Speicherpunkt super Klasse Klasse Terrasse gut ich glaube ich würde die Folge jetzt hier mal ein bisschen früher werden die letzte war ja schon sehr lang ähm die ist ein bisschen kürzer denn jetzt das kann ich mal im Einverständnis aller Beteiligten ich kann auch eigentlich aufhören heute aufzunehmen das war jetzt viele Folgen am Stück folgen viel Zeit am Stück äh gut dann machen wir jetzt mal weiter versuchen hier Mai zu finden ob sie uns irgendwie Aufklärung geben kann wo jetzt die ideale Version von Maki hin ist weil wir irgendwie versuchen wollen sie hier raus zu holen ne ich meine Kandori meinte ja auch sowas wir sollen sie da verretten vor dem selben Schicksal dass ihm nicht dasselbe Schicksal leitet wird wie ihm könnte es vielleicht sein dass er damit er hat ja nicht mehr viel sagen können ne hat er vielleicht gemeint dass irgendwie da auch noch eine Art Dämonen oder Persona hinter also Personaartige Konstrukt hinter steht vielleicht weil er wurde am Ende ja auch völlig seine Lehre wurde ja auch ausgefüllt von dieser Kreatur am Ende ne weil die hat ihn ja auch umgewandelt keine Ahnung aber vielleicht ist es auch ein bisschen zu weit gedacht wir sehen uns auf jeden Fall am nächsten Mal wieder ich danke fürs Zusehen Bye Bye